willkommen zurück zu der space wir sind hier ich habe nicht mehr so viel wir sind jetzt hier wo wir das letzte mal stehen geblieben sind an dieser stelle wo es wieder richtung aufzug gehen soll und wir uns jetzt erstmal glaube ich um mehment kümmern müssen wo der überhaupt ist lag der schon hier ich weiß es gerade gar nicht ich hoffe mal hier liegt zu viele rum das ist ein bisschen verwirrend gerade das stasis pack braucht man nicht aber wir hatten hier drüben hatten wir nicht hier irgendwo noch auf muni ach wir hatten ja beim letzten rücker alter müsst wie wir hatten beim letzten mal kann ich mich daran erinnern ex freundinnen von isaac gefunden gehabt die uns komischerweise da sie uns komischerweise geholfen hat obwohl sie nicht ganz ja bei sinn gewesen sein muss wir müssen jetzt nach oben wie weit nach oben weiß ich allerdings nicht ich hoffe mal ich glaube mal dass hier rausgehen wird jetzt hier war ich noch nicht ja das wird glas haufen rauch und ich sehe nichts und komm ich habe immer noch einen für dich so jetzt habe ich leider keine muni mehr da werde ich wohl oder übel nicht den sondern den jetzt weiter einsetzen müssen ja plasma energie was sich doch eigentlich geht nicht das macht mich ein bisschen curry muss ich sagen wir bräuchten auch mal wieder eine halbleiter oder irgendwas ach nee halbleiter haben wir ja wir haben ja hier den anzug level 4 ich meine natürlich das erstmal entfernen und das mitnehmen dann können wir nämlich gleich nachladen und können das andere hier wieder aufnehmen so wir werden trotzdem erstmal den großen hier nehmen große klasse ich brauche echten wartet mal haben wir hier nicht irgendwo einen shop hinter mir hinter mir muss irgendwo einer sein hinter mir ah nee hier vorne rechts äh links rum hier soll irgendwo ein shop sein hier haben wir noch schon nice wuhh dann können wir erstmal das ganze zeug hier abgeben äh ta 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 medipack oh gott wir haben einen hoffen medipacks davon werden wir mal was in den safe legen jawohl die können wir verkaufen äh safe 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 ah das auch noch den Rest können wir alles behalten gut ähm anzug level 4 35.000 wir haben mehr als genug würde ich sagen rusten wir doch mal auf damit wir auch wieder genug äh äh Plätze haben um Zeug mitnehmen zu können update fertig jaaa man sieht's jetzt an den benen wieder ordentlich ist dazugekommen es scheint immer schwerer zu werden dadurch so gut ich denke mal das war's jetzt erstmal braucht man nichts neues ähm audio log buch des verarbeitungsdecks supervise second engineer dallas das hier wird mein letzter eintrag sein ich habe gesehen was sie mit mit den leichen machen was aus ihnen wird ich werde nicht zulassen dass das mit mir passiert wenn ich keine gliedmaßen mehr habe kann ich wenigstens niemanden mehr töten wenn ich infiziert bin bitte sagen sie dawn und den kindern in liebe oh 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 noch einer noch einer der hat sich echt selbst verstümmelt krass dazu muss man schon ordentlich Eier in der Hose haben um das zu machen oieieiei aber er hat so zumindest vor ähm wie sagt man äh vorgebirgt ne vorgebeugt so äh so der wick wir könnten einmal die luft updaten oder äh wir tun unsere stahlen kanone einmal den schaden erhöhen oder vom plasma cutter ähm die kapazität ein wenig wieder aufwerten natürlich kann man das nachher auch noch machen oder das tempo je nachdem ich glaube das tempo wäre jetzt nicht so schlecht ähm hm oder schaden tempo und schaden können wir komm machen wir mal tempo und schaden bis jetzt haben wir ja mit dem wick ordentlich äh gutes zeug holy shit alter was für eine misskriege da kommt ihr von oben hier runter gejumpt ich fasse es einfach nicht mal nehmen wir den wieder wir hatten ja da plasma energie brauchen bisschen kohle wieder die kohle können wir auch brauchen müssen ja eh äh wieder einsparen für den level 5 anzug der wahrscheinlich noch kommen wird denn unsere slots sind noch nicht ganz voll ich denke mal es wird noch hm ich schätze mal dass es noch 2 geben wird würde ich jetzt mal so behaupten ja ich muss runter aber wie komme ich da hin ach so ich brauche die batterie von da drüben na super und ich weiß nicht noch wie das ging da man speicher punkt im rum aber eh gerade nicht komm noch ich warte auf dich äh du Maus gottes willen weg hier muss ich mich immer mit solchen typen ja anlegen das hasse ich du du so ui ab rein na dann funktioniert das nämlich wieder und können wir nämlich runter ich denke mal da drüben müssten wir auch noch hin auf die andere seite ja vielleicht wäre es doch besser gewesen wenn wir dort erstmal gucken gegangen wären zwölf schuss habe ich noch ich glaube dass wir den cutter ein bisschen wenig munition momentan vorhanden ist ok da drinnen scheint irgendwas los zu gehen oh wir haben hier habe ich hier bereits übersehen jetzt die ganze zeit nö da ist nichts war bloß hier an der ecke alles klar nehmen wir das mit kohle ein logbuch des abbaubetriebs der lsa die aufbohrung des planeten verlief ohne zwischenfälle obwohl es einige probleme an der oberfläche gegeben haben muss da wir kurzzeitig den kontakt zur kolonie verloren haben der erste gesteinsbrocken wurde etwa eine stunde nach der aufbohrung aus der kruste extrahiert und wurde dann direkt verarbeitete raffiniert und geschmolzen die ergebnisse übertreffen selbst die optimistischsten anfänglichen erwartungen eine durchschnittliche ausbeute liegt bei 35 prozent mineralien 5 prozent fossilen und 60 prozent abfallprodukte aber das material des ersten gesteinsbrocken besteht aus 65 prozent mineralien und 0 prozent fossilen was auch zu erwarten war das ergibt 6,5 tonn erz pro 10 tonnen gestein wenn wir davon ausgehen dass wir es nicht mit einer anomalie zu tun haben sind wir auf eine regelrechte goldader gestoßen ahja plasma energie und was geht da drinnen vorsicht was mir wahrscheinlich nicht gefallen wird eieieiei toll jetzt habe ich das star speck wieder eingekauft na gut vielleicht kann ich es gebrauchen und hier rein schein zu guten tag eintritt schwerelosigkeit das gefällt mir nicht ach kacke nirghen ich muss zu Asterino holy kacke aah Hach war doch noch ein weiner war doch noch ein weiner ich habe doch noch einen gehört da da alt da habe ich mich erschrocken so, wo muss ich jetzt hin ich muss ich weiß ja nicht, keine Ahnung ich kann ja vielleicht mal an die Wand hier springen und mir einen besseren Übersprick verschaffen schon wieder was gehört hier komm ich jetzt hier richtig überhaupt, ich weiß es nicht boah ja, was muss ich denn jetzt hier machen sendern Gravitationsstrahlen zerstören, wie meint das? der sender ist angebracht jetzt mal ich muss zu dem Ding ran egal wie das rupft mir doch ich wollte gerade sagen, das rupft mir doch den Kopf ab wie zur Hölle oh nice, ich kann das Ganze nochmal sammeln ach, ich weiß wie ja, das haben wir schon gelesen deswegen nehme ich das Stardis das habe ich ganz vergessen jetzt sag mir nicht, ich muss mich wieder mit diesen hässlichen Teilen rumhauen ich höre sie doch alter, wo kommt denn das ja jetzt her ah, da kommen die raus Mistkrücke hier war noch irgendwo einer das ist die Frage, ob das so einfach wird wenn, dann muss ich auf die Seite wenn es gleich wieder unten ist oh Gott, ich habe gerade wieder was gehört da ist es so wo ist der Asteroid? hier gut, dann muss ich jetzt kurz abwarten so kann ich das nämlich jetzt machen okay verfehlt muss ich anders machen ich muss näher ran oh Gott falsches falsches oh kommt schon nein bald keine Dings mehr kann vielleicht noch eh mal jetzt ich weiß nicht, ob es ausreicht, wenn ich hier unten irgendwie drauf schieße oder so was das hat sie jetzt nicht gebracht ähm okay da werde ich wohl doch nochmal raus müssen gehen und die Stars ist offen wo war denn das ich war jetzt der Meinung, das funktioniert so Ende der Schwerelosigkeit das ist natürlich doof aufgefüllt? ja mal auf hier ähm Asteroid abschießen geht nicht das will nicht funktionieren da kann man nicht mehr erzählen was man will wie soll das her ich weiß ja, dass ich das mit Stasis machen soll aber what okay ein bisschen komisch ähm nochmal auflanden Ende der Schwerelosigkeit kann es gleich auflassen kann es gleich auflassen hier die Tür Eintritt Schwerelosigkeit so ähm ich hätte jetzt ehrlich damit gerechnet, dass das so funktioniert das geht echt nicht wie zur Hölle wie zur Hölle das denn kann ich beeinflussen aber wie kann ich dann ich muss mal hier hin für einen besseren Überblick wie kann ich denn jetzt äh das bringt nichts oh fuck Fehler ich bin zu spät ran äh zu früh ran gesprungen jetzt muss ich mich nochmal mit diesen hässlichen Teilen rumschlagen ach ja kenne ich schon so das hier ist auch immer wieder was anderes drin in der letzten wo soll ich das machen ob es etwas bringt wenn ich beide strahlen irgendwie manipuliere ich wüsse es nicht Mistkarte Alter der kann da drüben irgendwie raus der kann doch nicht sein jetzt und wo war noch einer gehen wir mal da hin ach liebe Leute na komm zeig dich ich weiß dass du da bist da oben ist er so was kriegen wir da raus äh komm komm geh mal mit gut und dann möchte ich jetzt das mal probieren mal schauen ob das so funktioniert nee bringt nichts wenn ich hier was mit der Konsole mache das ist aber eigentlich bloß abschießen aber ich sehe auch keine Maschine irgendwie ich bin mir erschrocken die ich mit der irgendwie anhalten könnte es sei denn natürlich die hier oben aber das ist ja ernsthaft ein bisschen Quatsch muss ich sagen ich habe es verstanden so so das war das erste jetzt ähm gut dann haben wir das jetzt schon mal gefertigt Sonne anbringen nur noch hat das Ding jetzt trotzdem da kann ich das jetzt beeinflussen ja toll ich habe wieder keine Stasis bevor ich da wieder reinspringe wenn ich mich wieder mit diesen hässlichen Dingern beschäftigen muss muss er nicht sein Eintritt Schwerelosigkeit das habe ich beseitigt ok kann ich aber trotzdem noch nichts machen muss immer noch den Sender anbringen ich habe zwei was wartet mal geht es hier doch irgendwo raus ähm hm 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 nee raus kann es nicht gehen ja doch natürlich oh nein ernsthaft ey jetzt sag mir nicht ich muss da durchlosen na gut dann muss ich nochmal kurz warten ich habe ein ganz dummes Gefühl gerade ein Tritt Vakuum tatsächlich oh Gott so wo ist der andere du musst da drüben sein ja da ist was Achtung Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert ungeschulte Mitarbeiter werden gebeten sofort den Sektor zu verlassen so gut kann ich jetzt hier einfach durch ich hoffe es doch ah dann kann ich nämlich hier ganz gemütlich diesen oh nein Sender platzieren komm schon komm schon komm schon oh scheiße gut ich weiß ja jetzt wie es funktioniert ich würde sagen dann machen wir jetzt erstmal hier an dieser Stelle Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Dead Space wieder wenn ich es ähm ein bisschen besser schaffen sollte gut dann äh bis dahin und ja wünsche ich euch noch viel Spaß haut rein ciao ciao